Herzlich Willkommen zurück bei BlastCops, liebe Leute, der gepflegten Unterhaltung, Gameplay, kommentierten Gameplay, Unterhaltung und so weiter, hallo. Ja, Willkommen bei MyDeMagic6, nein, nicht bei MyDeMagic6, wir sind bei Gibbons Gate und ich wollte euch nochmal zeigen, dass ich 28 geschafft habe, weil Rüdiger so schlecht ist, so gut. Also auf jeden Fall, ich hab das nochmal nachgefohlen mit dem Gibbons Gate und als Rüdiger das für ein Push-Spiel gezeigt hat, konnte er mir das einfach nicht glauben, aber jeder kennt ja die geheime grüne Bagger-Glitch-Taktik, von der ich dir schon erzählt hatte, dass es mit dem grünen Bagger geht und dementsprechend hab ich das dann darüber gemacht und als nächstes, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Rüdiger als nächstes vorhat, weiß ich nicht, was er vorhat. Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich glaube, ich weiß, was es für eine Mission ist, doch okay. Rüdiger, wenn du nicht mal Boom Cutter gucken willst, dann sag ich dir, wir machen das gleich bei mir. Oh ne, ich will erst mal was anderes machen. Ja, okay, mach doch, trau dich, mach doch was anderes, los. Dann mach ich was anderes und zwar will ich auf das Fall Xion Field. Oh, ich weiß nicht, wo das ist, das hab ich eben kurz per Zufall gesehen, ich bin da. Du bist da? Ja, das ist sehr kompliziert, also, oh Gott, was ist das denn, 21 Sekunden und dumme blaue Dinger kaputt zu machen. Ja, das Problem ist sie zu finden und sich zu merken, wo sie waren und dann noch 21 Sekunden, das wird nicht einfach. Ja, 21 Sekunden und merken, wo sie waren, aber was ist das nochmal, ist das nicht dieses kleine Bergdorf? Genau. Ja, logisch! Asperstan! Okay, ähm, okay, da würd ich mal sagen, legen wir einfach los und schauen wir mal ob wir 21 schaffen. Und zwar musst du Gaspflanzen zerstören. Ja, okay, Gasp... Gas... Gaspflanzen! Gaspflanzen! Must echt Gasplanzen zerstören. Das ist die Heartland-Musik. Ey, 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 ey! Moment, mein J-Bomb spackt ab. Was? Mein J-Bomb spackt ab. Warum? Äh, ich hab keine Ahnung, der... Jetzt geht's wieder. Der rät mir ganz komisch eben. Kann mir mal jemand sagen, wie ich das Ganze gesteuern muss? Äh, wo ist der letzte? Ich finde gerade ganze drei nicht. Okay, Moment, wo ist der letzte? Okay, ähm, ich muss jetzt auch nochmal gucken. Da hab ich extrem lange für Gold gebraucht in meinem Let's Play, das weiß ich noch. Irgendwie einen ganzen Part oder so. Ähm, ich heiße Johnny. Ach, da hinten! Okay. Oh, kommst da hinten! Ich hatte jetzt, glaube ich, eine Minute oder so. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, was ich verreicht habe, Rüdiger. Ich glaube, ich hab nie was in mein Leben erreicht. Oh, sag doch sowas, nein. Nein, ist das wirklich so, Gasplans. Klar, zerstört, das bringt ja auch letztendlich nichts, muss man einfach mal so sagen. Wenn wir uns darüber nachdenken, sind Gasplans eigentlich echt nichts wert, ne? Aber wenn Ember sagt, wir sollen sie zerstören, dann machen wir das halt. Ja, das ist zwar so, da will sie immer nur, dass wir das precise machen, weißt du? Was soll ich denn tun? Ja. Kann doch nicht alles. Äh, Mann. Scheiße, verantwortlich. Äh, ich weiß die Antwort auch, umso welche Fragen nicht mehr. So, auf jeden Fall bin ich schon mal auf 24. Hast du schon geschafft? Ne, Moment, 21 brauchen wir, ne? Genau, ja. Stimmt, 28 war hier die DSK-Zeit, Entschuldigung. Ich geh immer nur einmal rumstecken, weißt du, schon wieder so, oh, hast du schon wieder geschaut? Du bist Matthias, du kannst alles am besten. Und ich sag dir dann wieder so, ne, Rüdiger, tut mir leid. Ich hab das leider noch nicht geschafft, weil ich muss hier einfach alleine machen. Und ich sag, Rüdiger, oh, uh, uh. Und ich sag, ja, Rüdiger, genau das meine ich, genau, das meine ich. Ich meine, genau, uh, uh, uh. Gut, okay, alles gut. Alles gut. Ja, gut, also was haben wir denn jetzt? Die haben jetzt 22.6. Das ist ja toll. Ich hab meine Rute schon mal, aber... Ich hab meine Rute noch gar nicht. Ich mach nur bis bisher. Das Ding ist leider, dass mir das nicht viel weiterhilt, weil eigentlich dachte ich, ich wäre meine Rute schon ziemlich geflogen, aber vielleicht bin ich das doch noch nicht. Vielleicht bin ich gar nicht so ein guter Routenflieger, wie ich denke. Vielleicht ist die Rute gar nicht so, wie ich denke. Aber die Ecke-Ecke-Ecke-Ecke-Ecke-Ecke-Ecke-Ecke sagt mir, dass ich eigentlich schon eine ganz gute Rute fliege. Toll, ich werde immer ein bisschen besser. Ich, äh... Aber ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Wo ist der letzte nochmal? So, 22.1, toll. Ich hab mir immer noch nicht gemerkt, wo die alle sind. Das macht nichts, Rüdiger. Ach, da hinten, da hinten, okay, gut. Wenn man Rüdiger mit dem Auto irgendwo hinfahren lässt, dann seid ihr verloren, ich sag's euch. Das ist wirklich so, ihr habt null Orientierungssinn und gerade zeigt sich das wieder. Ja. Also deshalb, Rüdiger, mach dir nichts draus. Also das ist halt so, wenn man ein Mann ist. Aber ich meine, Entschuldigung, das war ja was anderes gewesen. Was? Ja, nichts. Oh wow, jetzt schon wieder um ein Zehntel verbessert. Diese Route ist definitiv nicht das, was sie sein sollte. Ah, warte mal, ich hab ne Idee. So, ich glaub ich hatte jetzt mal 23 Sekunden. Immerhin. Ich glaub ich weiß, wie ich Zeit sparen kann. Oh Gott, aber nicht so. 22.4. 24 hast du? 22.4. Ja, du bist ja genauso toll wie ich. Danke, das freut mich schon mal zu hören. Ja, naja. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich da jetzt langfliegen soll, das geht eigentlich gar nicht. Das kann man eigentlich gar nicht schaffen, genau. Weißt du, was ich nicht verstehe am Anfang? Hä? Wieso will er immer so dumm fliegen? Ja, wieso eigentlich? Immer so dumm, er will irgendwie immer ne Kurve nach links machen. Das ist, Mann, soll er. So, ich hatte jetzt glaub ich 21,9. Ja, geil. Leck mich doch, Spiel. Ja, ich hab auch schon gar Bock mehr, weißt du. Hier, der ganze Krab. So, auf jeden Fall hab ich Platin. Hast du's, ja? Sehr gut. 26 hab ich geschafft. Sehr gut. Okay, ich will mich gar nicht länger damit aufhalten. Das ist ne gutes... Ich hab nachher meine Route noch ein bisschen getweakt. Und dann so, yeah. Geil, geil. Also, erst ruhig einmal hab ich zurückgesetzt nach hinten, um mir den hinter mir zu holen. Und dann bin ich einfach geradeaus nach Norden geflogen. Und dann den Kurs nach Osten zu setzen und die letzten drei zu holen. Das war mein Plan. Ach Gott, ey. Voll der gute Plan. Bin begeistert. Was? Ich bin begeistert von deinem Plan. Magst du meinen Plan? Ich mag deinen Plan. Ist er wirklich so gut? Absolut. Das ist schön. Gut. Dann haben wir das so geschafft. Dann darf ich mir ja jetzt zum Glück eine Mission auswählen. Ist das nicht toll, Rüdiger, dass ich das darf? Das ist richtig geil. Gut, dann gehen wir zu Baboon-Katakom. Wo war das nochmal? Also, Rüdiger hat gesagt, wir wollten das aufnehmen. Rüdiger hat das nicht ausgewählt, also muss ich das auswählen. Ich hab doch nur noch... Ich mein, ich mein es ja nur gut, Rüdiger. Ich hab doch nur noch eine Stunde Zeit. Ja, das macht dir nix, Rüdiger. Na gut. Das wird alles gar nicht so schlimm, wie du denkst. Meinst du? Das wird alles flimmer. Oh, 40 Sekunden haben wir Zeit für 200 Lampen. Ich meine, bei der anderen hatten wir nur 100. Bei 1,15 Zeit für 400 Lampen. Das muss man so sehen. Ich meine, bei der haben wir sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Freitheoretisch. Müssen wir mal... Oh, 224, müssen wir jetzt mal umrechnen. Wow. Nein, das müssen wir nicht umrechnen. Witzstart. Achso, du hast schon angefangen. Achso, du hast doch gar nicht... Entschuldigung. Okay, Rüdiger, aber lass uns dann mal fangen wir halt an. Ich hab gedacht, du hättest schon angefangen, weil du genau wusstest, wie viele ADUs es sind. Das ist das Bargalie, du machst so gerne Quie. Das ist das Bargalie, das ist das Bargalie, das ist das Bargalie. Das Bargalie kannst du nicht vernichten. Das Bargalie, ja, das ist das Bargalie, das Bargalie, das ist das Bargalie. Das Bargalie kannst du nicht mehr schaffen. Das Bargalie macht dich fertig. Das Bargalie, das macht so gerne Quie. Das ist das Bargalie auch. Oh Gott, ey, die sind ja überall diesmal, die Bagger. Ja, die sind immer überall, Rüdiger. Ich weiß gar nicht, wie ich denen ausweichen soll. Gar nicht. Das ist das Bargalie, das ist das Bargalie, das ist das Bargalie, das ist das Bargalie. Ich hab gar Bock auf das Bargalie, glaub ich. So, Rüdiger jetzt. Ich will nicht wissen, wie geil die Zuschauer das finden werden schon. Warum? Die Kultstatus haben, irgendwann das Baggerlied. Siehst du, Quark? Nein. Wenn Quark schon lange vergessen ist, wird das Baggerlied noch immer weiterleben. Nicht erschrecken, Rüdiger. Mach da einfach blim-bim. Ja. Bessst du mich einfach alleine? Das ist geil, ja, sag doch einfach, dass du keinen Bock zum Aufnehmen hast. Das ist doch okay, ja, dann nehme ich halt nicht mehr mit dir aus. Alles gut, ja? Ja, gut, alles klar. Weiß dieser Bescheid, Rüdiger hat keinen Bock mehr aufzunehmen, er hat jetzt schon keinen Bock mehr auf Baboonkartogger. Wieso ist das überhaupt so klein hier? Wie viel Zeit hat man überhaupt? So, man hat zwei Minuten. Geht's an! Äh, und ich hab welche übersehen? Wie hab ich auf dem kleinen Ding bitte schön welche übersehen? Also gut, dann darf ich ja auch gar keine Zeit, also... Also hier ist ja schon mal eine Taktik, viel schneller auszumachen, ne? So, erst mal will ich einen Turbo-Start machen, das ist das Beste, was man machen kann. Hatte auch bei meiner Platin-Zeit letztens keine Taktik, muss ich dazu sagen. Das war geil, das freu mich immer noch, wie du das gemacht hast, ey. Ja, ich weiß, das hat einfach perfekt funktioniert. Das war aber auch wirklich sehr, sehr knapp. Es waren ein paar Millisekunden drüber. Äh, drunter mein ich. Das war geil, 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 das Wie der das macht so gerne, quiekt das Baggerdief, wo sind die letzten Erd-Jungs noch bald sind alle Bagger da und rammen mir nen Arsch. Okay. Rüger ist heute übrigens Ponydoch und ich bin Dickerdoch. Ich muss mich einblenden, wenn ich nicht dran denke. Ich denke wahrscheinlich sowieso nicht dran. Ja, ich weiß. Wieso willst du das überhaupt einblenden? Keine Ahnung, damit die Leute wissen was Ponydoch ist. Äh, Ponydoch? Keine was mit Anfang, oder? Ja, du denkst ja eh nicht dran, du hast ja auch nicht dran gedacht bestimmte Chronicles auch auszulösen. Du meinst die Chronicles? Ja, das hast du ja auch nicht gemacht. Etikeanu Chronicles? Weil du dich an gar nichts erinnern kannst. Ich hab's nicht vergessen, hab ich dir schon mal erklärt. Ich hab die Stelle nur nicht gefunden irgendwie. Weil ich das im Schnelldurchlauf gerendert habe und dann hab ich gedacht, ach scheiß drauf. Nein, hast du nicht. Das war gar nicht der Grund gewesen. Dieses Mal mit dem Bagger so schnell. Mit dem Turbostart, okay. Okay, gut, alles wieder gut. Alles wieder gut. Ach Gott, ey. Ich hab noch gar keine Wuse. Was ist das Bagger-Lied? Das ist das Bagger-Lied, das ist das Bagger-Lied, das Bagger-Lied kannst du nicht besiegen. Das ist das Bagger-Lied, das ist das Bagger-Lied, das Bagger-Lied, das ist das Bagger-Lied. Ich hab gerade diese Fehler am Anfang. Nicht mehr schaffe, Spargalit, frisch dich auch. Aua. Frag mich echt, wo ich langfahren soll. Wieso bin ich davon so überfordert, ey? Wie hast du das eigentlich das letzte Mal geschafft, ey? Ich weiß es nicht, ich hatte einfach Glück. Ich hatte das eine Mal ja schon irgendwie nur sieben Sekunden drüber. Und danach war ich halt diese sieben Sekunden noch mal besser. Keine Ahnung, aber es waren wirklich nur... Ich mache immer denselben Fehler, warum mache ich denn immer denselben Fehler? Ich biege am Anfang immer links ab und dann kommt immer der blaue Bagger. Bagger Lied. Was mache ich denn da? Da ist auch der blaue Bagger. Scheiße. Jetzt war ich mal hier oben lang. Dann kommt der gelbe Bagger. Geil. Leck mich doch. Das ist das Bagger Lied. Das ist das Bagger Lied. Du machst so gerne Quiek. Das ist das Bagger Lied. Das ist das Bagger Lied. Das ist das Bagger Lied. Das Bagger Lied kann sein. Das ist das Bagger Lied. Das ist das Bagger Lied. Das ist das Bagger Lied. Das Bagger Lied. Das Bagger Lied. Das ist das Bagger Lied. Das Baggerlied, das ist... Was willst du denn da raussuchen? Baggerlied, kannst du nicht... Das Baggerlied macht dich fertig. Ist das Baggerlied, das ist das Baggerlied. Es macht so gerne Quieke, es ist das Baggerlied. Das Baggerlied, es kennt all deine Geheimnisse. Es ist das Baggerlied. Das Baggerlied kennt keine Gnade, das Baggerlied. Das Baggerlied, es ist das Baggerlied. Blauer Bagger, kommt dich holen. Scheiße! Das ist das Baggerlied, das ist das Baggerlied. Du machst so gerne Quieke, das ist das Baggerlied. Das ist das Baggerlied, das ist das Baggerlied. Das Baggerlied kannst du nicht mehr schaffen. Das ist das Baggerlied, das ist das Baggerlied, Rüdiger. Die nächste Show ist deine. Das Baggerlied, es ist das Baggerlied. Oh Mann, das ist doch kacke, dieses Baggerlied. Das ist das Baggerlied, es ist ein kack Baggerlied, Rüdiger. Sag, es ist scheiße. Das Baggerlied, es ist so kacke. Na 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 na, es ist das Baggerlied. Na 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 na. Hätte ich diese eine jetzt nicht übersehen, hätte ich hier uns geschafft. Na 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 na. Das ist das Baggerlied, du machst so gerne Quieke. Es ist das Baggerlied, es ist das Baggerlied. Du regst dich nicht mehr auf, denn das Baggerlied regt sich auch nicht auf. Das Baggerlied, ja das ist das Baggerlied. Das Baggerlied, das ist das Baggerlied. Rüdiger, das Baggerlied kannst du nicht schaffen. Es macht dich fertig. Baggerlied, das ist das Baggerlied. Das ist das Baggerlied, Rüdiger. Bha, 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 bha. Scheiße, was hab ich nur gemacht. Ich hab ne Route. Ey, geil, ne Route. Ey, ich hab ne Route, aber ich weiß nicht, ich muss sie einfach intuitiv fahren. Weil sonst schaff ich sie nicht. Ich weiß nicht mehr, wo die Route ist, um genau zu sein. Aber doch hier. Irgendwieso war die gewesen. Irgendwieso? Und dann fährt man hier weiter. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Okay, gut. Das klingt nachdem, ist das auch geil. War das Baggerlied, ja das Baggerlied. Das ist das Bargalit, das ist das Bargalit. Ey, ich find das nicht einfacher wie das andere. Doch. Ich schon. Nee. Warum nicht? Ich find das echt nicht einfacher. Du hast dir viel weniger Platz, die holen dich viel öfter als in dem anderen Ding. Das ist so gerne, Quik. Das ist das Bargalit, das Bargalit, Rüdiger. Wieso ist der diesmal der Rote? Sag ich ja, die überraschen einen hier viel mehr. Nee, der war da vorhin nicht. Ja, ja, den hast du gerade da hingemacht. Das ist das Bargalit, das ist das Bargalit. Du machst so gerne Quik, das ist das Bargalit. Das ist das Bargalit. Diesmal fährt er da nicht lang. Das ist das Bargalit, das Bargalit kannst du nicht mehr schaffen. Das Bargalit, ja, das ist das Bargalit, Rüdiger. So. Geil. Das Bargalit kannst du nicht gewinnen. Das ist das Bargalit. Das Bargalit, Rüdiger, ist das Bargalit. Es macht so gerne Quik. Das Bargalit kennt deine Gesundheit. Es macht keine Witze. Wieso nimmt ihr die eine RDU da nicht, weil meine Rote nie? Das war schon wieder derselbe Fehler. Hm, ich lass mich meistens auch einen stehen. Oh, leck mich doch, Spiel. Das war die falsche Route. Okay. Das ist der Nahbesprechungseffekt. Da-da-de-de. Nada-nabesprechung. Das. Ist. Der. Er passt nicht mehr. Aber Rüdiger ist egal. OK, gut. Scheiße. Muss mehr preis sein. Glaub ich. Man muss mal so scheiße preis sein, in diesem Spiehl, ey. Eigentlich nur bei Pack-Truck-Dingens. Oh, scheiße, vergesst immer rechts abzubiegen. Meine Route muss eingehalten werden, sonst... Das ist die ultimative Route, um dieses Spiel zu schaffen. Das gesamte Spiel vor allem, ja? Ja. Gott, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab's noch nicht einmal geschafft bisher. Das Bagger-Lied, das ist das Bagger-Lied. Trau dem Bagger-Lied einfach, es höre ich nicht weiterleiten. Das Bagger-Lied, es ist das Bagger-Lied. Das Bagger-Lied, es ist das Bagger-Lied. Bagger-Lied, wird dich nicht enttäuschen. Bagger-Lied, kennt dein Geheimnis. Bagger-Lied, es ist das Bagger-Lied. Es weiß alles wie du. Was zur Hölle ist diesmal... Ich war zu langsam, das war's. Okay, gut. Deshalb kam ich da nicht vorbei. Das ist der Tobostad. Das war der Tobostad. Der bringt mich nicht weiter, weil ich hab die falsche Route genommen. Ich mach schon wieder den... Ach Gott. Gut. Jetzt mal hab ich dran... Ah, hab noch eine Renni-Ure! Das ist doch... Das ist... Unfassbar! Irgendwas geht doch immer schief! Bagger-Lied, was ist das Bagger-Lied? Ich mach so gerne... Ich mach... Was ist das denn? Nein! Es ist doch ein sehr schöner Abend, um aufzunehmen. Ich hab... Ja, ne, 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 ich hab alles vorbei! Du hast... Nein, alles vorbei hab ich gesagt. Achso, alles vor... Weil ich einmal nicht so ein Licht, das es einfach nicht angehen will. So, nö, ich hab keinen Bock aufzuleuchten. Hab ich keinen Bock zu. Das... Oh Mann, wieso bleib ich da hängen? Ich weiß es nicht. Wer bleibt hier so verdammt oft hängen? Das ist nicht mal das Bagger-Lied. Du wolltest mal Buka, da kommt mal. Ja, weil ich keinen Bock drauf habe und ich will das endlich vorbei haben. Wieso fährt der rote Bagger? Die ist mal da lang. Der fährt nicht über dieselbe Route. Glitch dich einfach durch den grünen Bagger und beende die Sache. Nein, kann ich nicht. Das geht hier nicht. Geht hier nicht? Nein. Okay. Da ich nicht weiß, wie der Glitch funktioniert, kann ich es nicht beurteilen. Ich weiß es ja nicht. Gut. Wieso... Ey, das versteh ich nicht. Ich kann diese Route nicht fahren, wenn der rote Bagger da lang fährt. Aber das macht er nicht jedes Mal. Okay. Das ist doch seltsam. Ihr müsst doch... Ich hab einen RDU vergessen! Ihr müsst... Jetzt fährt er wieder hier lang. Ist ihm egal. Er fährt so, wie er gerade Lust hat. Aber das müsste doch echt immer dieselbe Route. Das gibt's doch gar nicht. Nein, fährt er nicht. Er fährt nicht immer dieselbe Route. Unfassbar. Was für ein dummes Arsch. Warum müssen sie uns eigentlich so derbe mobben? Warum bemerke ich nicht, dass der Ingame-Sound aus ist, seitdem du dich gemutet hast und wieder hergekommen bist? Das weiß ich nicht, warum du das nicht gemerkt hast. Aber das ist ja eh nur das Bagger-Lied, das hier ganz doll bei mir läuft. Egal, dann mach ich einfach wieder deine Tonspur und dann ist alles gut. Nein, meine Tonspur ist gerade nicht dafür geeignet, Rüdiger. Doch, die klingt voll gut, ey. Denn meine Tonspur soll nur der Notfall sein, weißt du? Ja, ich benutze die wieder. So hör ich mir die Folge an, Rüdiger. Warum ist schon wieder meine Tonspur drin? Ja, meine war scheiße. Gut, meine ist ja auch so viel besser. Wie die ganze Problemlösung ist, das ist mal schon unglaublich, ey. Wenn du mir sowas zur Verfügung stellst, dann... Toll, dann nehm ich ja... Soll ich meine Tonspur gar nicht mehr... Ich muss meine Tonspur hier aufnehmen, ich hab ja gar keine andere Wahl. Ist auch gut, dass du sie aufnimmst. Das macht's mir wesentlich einfacher beim Synchronisieren später. Ist schon gut so. Bisher muss ich ja sagen, die Videos waren bis jetzt mindestens alle synchron gewesen. So, ich hab hier echt ein Problem. Die Bagger fahren nicht gleich. Ja... Ha! Du hast mich hier nicht gekriegt, du alter Rape-Bagger. Ach, Gott, ey. Ach komm, das nervt mich so an, wie diese Detektierung von diesen Eddy-Us ist. Manchmal macht er das und manchmal macht er das nicht. Ja, das ist echt so. Manchmal löst er sie aus und manchmal fährst du ganz genau so dran vorbei und dann löst sie nicht aus. Zumindest kommt's einem so vor. Und jetzt fährt der Rote Bayer da schon wieder lang. Was ist denn das hier? Das ist ja voll nervig. Ich dachte, die fahren immer dieselbe Route. Das verstehe ich ja auch nicht. Äh, du wirst es ja bei mir ansehen können, weil ich immer dieselbe Route fahr. Der fährt manchmal einfach anders. So, jetzt fährt er wieder hier unten lang. Nur so, ja, jetzt hab ich mal dazu Bock. Okay. Witziger Typ ist das ja, ne? Ja, ja. Der mag das Bagger-Lied anscheinend. Der mag das Bagger-Lied sehr, deswegen... ...hören wir es wahrscheinlich auch noch die nächste Dreiviertelstunde. Gott, das wird ja übel. Also ich finde das nicht einfacher wie die andere Mission. Absolut nicht. Ich schon, weil ich eine Route habe. Ha! Oh, scheiße! Was? Ja, ich bin wieder dumm hängen geblieben, sonst hätte ich es wieder schaffen können. Oh, Mann. Das ist echt dumm. Also... Ich bin froh, wenn der Scheiße vorbei ist. Also ich mag die Mission überhaupt gar nicht. Nee. Das ist das schlimmste Pac-Man-Spiel, was ich kenne. Ja. Fantastisch. Das ist sogar noch schlimmer als Miss Pac-Man. Das muss man erst mal schaffen. Naja. Ja, dann liegt das Bagger-Lied, dann ist das Bagger-Lied. Wenn ich die eine RDU da nicht mitnehme, da habe ich keine Chance. Ich will, mir ist noch aufgefallen, Rüdiger. Dann nimmt die RDU auch einfach nicht. Da bist ich direkt drüber gefahren, die eine letzte, die mir immer fehlt. Dann nimmt die nur, wenn ich direkt drauf stehe. Was soll ich denn da machen? Und da ist der rote Bagger da schon wieder. Oh, probiere das genau. Geh es! Ja. Ja. Die Key war ihrer Zeit weit voraus. Ah, Fick dich! Der fährt einfach... Hm, also ein bisschen... Ich glaube, ich darf gar keinen Turbostart machen. Ich glaube, das passiert jedes Mal, wenn ich einen Turbostart mache, dass der rote Bagger da oben lang fährt. Weil ich glaube, die werden ein bisschen durch meine Position beeinflusst. Da habe ich so langsam ein Gefühl. Ja, jetzt fährt der Bagger wieder unten lang. Okay, ich meinte auch mal gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man die Bagger ein bisschen manipulieren kann. Indem man zum Beispiel manchmal einfach den Schwung ausnutzt und weiterfährt, ohne weiter A zu drücken. Dass sie dann auf einmal abbiegen, dass sie dann nicht mehr wissen, wo du bist. Aha. Mhm. Wenn du einfach den Schwung ausnutzt, weiterfährst, aber nicht mehr die A-Taste drückst, dann würden sie wohl abbiegen und nicht mehr in deine Richtung fahren oder so. Keine Ahnung. Das sind ja witzige Typen, ne? Habe ich mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Oh, das ist ganz geil. Können wir ja nicht ablehnen, ne? Auf jeden Fall... Ne, auf jeden Fall funktioniert das gerade. Also wenn ich den Turbostart nicht mache, ist alles cool. Hm? D-d-d-d-d-d. Ähm, das ist so frustrierend, weil ich genau weiß, wie ich fahren muss. Aber immer irgendetwas schief geht gerade. Ich weiß, was du meinst. Und das ist gerade richtig dumm, weil ich habe meine feste Route hier schon. Oh je. So, warte mal hoffen, dass es jetzt mal läuft. So, auf jeden Fall... Der Trick funktioniert auf jeden Fall, dass ich welche Token stattdann mache. Dann kommt da... Ja gut, ich muss die Leuchte da hinten erwischen. Wenn ich die nicht mitnehme, dann war's das. Ich hoffe, das funktioniert! Da kommt der grüne Bagger und der wird mich eiskalt überfahren. Ich bleib andauernd hängen! Das ist schade, Rüge. Der Bagger ist viel zu fett, ey. Nee, nee, der Backlash, ach scheiße. Ach maaaannn, ich schaff das einfach nicht! So, wir schaffen das. Das ist einfach eine reinere Trial-and-Error-Sache hier gerade. Man kann es nicht schaffen! Das ist aber nicht die schwerste Strecke, also kann man die schaffen. Okay. Das ist die schwerste Strecke? Die schwerste Strecke ist das hier gerade eben nicht, Rüge. Das ist das schwerste Pac-Man? Eben. Okay. Ja, okay. Ich frag mich, wo der grüne Bagger gerade ist. Wenn er mir gleich wieder entgegenkommt, hab ich ein Problem. Nein, der kommt mir nicht entgegen. Gut. Er nimmt sie nicht! Er nimmt die eine Leuchte einfach nicht! Egal wie nah ich ranfahre! Kann doch nicht sein! Das pisst mich gerade richtig übelst an! Der nimmt die einfach nicht! Huh. Der nimmt die eine Leuchte einfach nicht! Der macht das nicht! Der hat keinen Problem! Der wartet darauf, dass ich da einmal wirklich direkt rüberfahre! Okay. Also das nervt mich gerade richtig an! Weil so andere nimmt er auf 1000 Kilometer Entfernung! Mhm. Und die nimmt er einfach nicht! Also das ist, das ist einfach, wo wir kein Verständnis haben! Soll ich an der Stelle mal sagen? Das nervt mich wirklich sehr an! Ja, das ist... Da kommt da Rüdiger in mir durch, ey! Tja, verstehe ich aber auch, ey! Das ist... Ja! Das ist einfach so! Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier sagen soll! Das ist ja echt übel! Ach, egal! Ich bin jetzt 27, ich muss langsam ein bisschen ruhiger, gelassener bleiben! Ja, du! Ich geh das jetzt einfach ganz entspannt an! Ich drehe mich nicht mehr auf! Wozu? Das ist ein Spiel... Es ist... Ja... Ein wunderschönes Spiel zudem! Und nur weil mal die ein oder andere Mission ein bisschen schwieriger ist, muss man sich ja nicht aufregen! Da muss man einfach ein bisschen entspannt bleiben! Ruhig bleiben! Eine Taktik nach der anderen versuchen! Und wenn es klappen soll, dann klappt es! Wenn es nicht klappen soll, dann eben nicht! Und dann ist es eben so! Dann probiert man es eben noch einmal! Und noch einmal! Und noch einmal! Und noch einmal! Und irgendwann! Wenn man genug Ausdauer hineingelegt hat, genügend Versuche, dann findet man die richtige Taktik schon! Dann wird man ein wahrer Blastkorbsmeister! Dann hat man endlich Platin in dieser wunderbaren Mission erreicht! Und auf diesen Moment, auf diesen erhabenen Moment, auf den arbeite ich jetzt hin! Weil ich einfach weiß, ja! Ich kann es schaffen! Auch wenn diese Mission jetzt schon wieder gescheitert ist! Ich weiß genau! Ich kann es schaffen! Ich kann 224 RDUs in nur 120 Sekunden holen! Das ist verdammt unfair! Wenn man das mal so... Ja! Wenn man nur die nackten Zahlen sieht, dann wirkt das natürlich unfair! Aber nein! In Wahrheit steckt da ein System hinter! Und zwar ein System, was dir sagt, so! Du musst dich jetzt eben mal ein bisschen anstrengen! Aber es wird auch eine Erfahrung für dich sein! Es wird deinen Erfahrung, Schatz, bereichern! Und du wirst eines Tages auf diese Mission zurückblicken und sagen... Ja! Ich habe es geschafft! Ich habe eine wunderbar schwere Mission! Ein für alle Mal erledigt! Und es war gut, dass ich so lange durchgehalten habe! Ja! Ich hab... So! Wenn ich erst die Mitte nehme... So, jetzt ist die Frage, wie kann ich meine Route umbauen? Wie mache ich das? Okay! So, halt mal! Wenn er da... Da ist die eine Stelle, wo die RDU ist, die kacke ist! Die muss ich auf jeden Fall irgendwie mitnehmen! So! Das ist die eine Stelle, die kacke ist! Da kann ich auch nichts gegen tun! Die muss ich irgendwie schaffen! Hm... Hm... Ich muss irgendwie... Gut! Ah... Wie soll ich denn in 15 Sekunden noch 80 RDUs holen? Das ist doch verkloppt... Huuuuuh... Du sagst das! Alrighty... Ich hätte jetzt auch auf irgendeinem Zombie-Spiel bekommen können, aber du sagst das! Du wolltest Papu Katakom nehmen! Ja, mir ist jetzt alles egal, weißt du, jetzt krieg ich halt so, ist mir egal! So, na, was seid ihr davon? Macht es jetzt immer noch Spaß, mir zuzuhören, weil wir blühen blühen labern! Nichts funktioniert hier, ey! Ich hab letztens einen Lesplayer gehört, der hat wirklich so geklungen und ich glaub nicht, dass er die Stimme so verstellt hat! Bauch hat er! Echt? Ja! Ich fand das irgendwie sehr witzig! Das ist mir klar, dass du das wieder witzig findest! Ja! Das ist ja auch alles witzig! Natürlich! Ich find YouTube-Pups witzig! Und wichtig! Ja, wichtig auch! Witzig findest du ja auch, glaub ich, ja! Und das wichtig findest! Wir wären alle glücklichere Menschen, wenn wir alle YouTube-Pups wichtig finden würden! Nein! Wenn sie ein Teil unserer Gesellschaft wären, wohlgemerkt ein etablierter Teil! Ja, das wäre natürlich sehr wichtig! Das wäre sehr wichtig! Du schwule, aber Bagger! So! Na, na, na! Was? Das, das, das sagt man doch nicht! Man sagt höchstens, du homosexueller Bagger, oder? Ich sag, ich tritt dir in den Arsch, du Scheiß-Bagger! Fick dich in den Arsch, du Scheiß-Bagger! Lassen wir das! Nein! Du Bagger! Du machst das doch mit Absicht! Schikane! Wollte ich nur mal sagen! So, weißt du was, dann verarsche ich jetzt halt den Bagger, wie du's mir gesagt hast! Ja, mach ihn! Hau ihn weg, ey! Hau ihn weg! Ja, das funktioniert nicht! Nö, das funktioniert nicht! Da geht trotzdem zu mir! Ja? Ja! Okay, ich hab irgendwie mal gehört, dass das gehen soll. Aber anscheinend geht's nicht! So, wir haben zwei Seiten, die Balken-Dingsis haben. Weil die Balken-Dingsis da sind, fahren wir einfach mal hier lang. Mal sehen, was das Spiel davon hält. Wenn die hier lang fahren. Wenn hier lang fahren, bringt bestimmt was. Oh mein Gott, der fährt doch nicht etwa hier lang jetzt! Doch! Oh Gott, ey, wie kannst du das? Ja, ich muss das aber schaffen! Ja, du musst das aber echt langsam mal schaffen, weil ich krieg das nicht hin, ey! Okay, ich find die Mission nicht einfacher. Jetzt auch nicht schon. So, das war gar nicht, es bringt einfach nichts, weil dann kommen beide Barger und rapen mich. Hm. Das ist die Frage. Rapen oder nicht rapen, das ist hier die Frage. Ich glaube nicht, dass das hier die Frage ist. Oh, das sind hier die ADUs, die wieder nicht angehen. Das sind die besten ADUs. Blauer Bagger, warum hast du so'n Anfall? Dankeschön, blauer Bagger, dass du mich nicht überfahren hast. Sehr sozial. Okay, die habe ich nicht bekommen. Das wird mich gleich richtig derbe aufregen, weil es wahrscheinlich gleich die letzte sein wird, die ich nicht bleiben werde. Oh, Mann. Ich gucke jetzt mal, ob man die Bagger wirklich austricksen kann. So. Wenn ich jetzt mal... Ne, der Köln fährt trotzdem in meine Richtung. Komisch. Tut mir leid, Leute, dass wir gerade wieder so schlecht am Kommentieren sind, aber wir sind wirklich überfragt mit der ganzen Mission hier. Aber, ähm, gebt einen Daumen nach oben und ein Like und abonniert uns und gebt ein Like für Baggerlied. Geht drauf, oh, Hashtag Baggerlied. Geht drauf, oh. Hashtag Baggerlied im Schnell. Kauft unsere CD auf Amazon. Drückt auf Like um, damit wir wissen, dass ihr das Projekt mögt. Du bist so'n bittiger Scheiß, weißt du, was zur Hölle? Warum macht man sowas, ey? Ich weiß es nicht. Ich hab manchmal das Gefühl, dass 90% aller Videobeschreibungen nur noch aus sowas bestehen. Das ist das Gefühl, das ist egal. Dass die Leute nicht wissen, dass sie liken können und abonnieren können und was weiß ich was. Meine Güte. Was ist das Bargheri? Das ist das Bargheri. Du kannst wohl langfahren, wo du willst. Du wirst trotzdem überfahren. Schenkt uns doch ein Gefällt mir. Schenkt uns doch ein Gefällt mir? Wollt ihr mir was schicken? Hier ist meine Adresse. Oh Gott, ey. Überall coole Symbole und alles in meinen Caps Lock schreibe bei den Titeln, weißt du? Ja, genau. Das ist meine Fresse, Alter. Was sind denn Probleme? Ich finde auch diese, diese, diese komischen, dicken Pfeile, die dann immer in der Videobeschreibung... Ich glaube, die benutzt du auch, oder? Darüber darf ich mich jetzt, glaube ich, nicht witzig machen. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls in Videobeschreibung zu den ganzen Links und eben daran so richtig fett an Pfeile, oh yo! Entschuldigung, ich glaube, die benutzt du auch, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Kann das sein? Es tut mir leid, wenn... Ich mag die Pfeile. Das ist das Pfeil in der Videobeschreibung-Lied. Da, 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 da. Das ist das RDU-Aktivierungs-Lied. Na, 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 na. Ich habe mich gerade um Kopf und Kragen geredet. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war nicht böse gemeint. Yo, fetter Pfeil, damit ihr auch wisst, dass ihr genau da draufklicken müsst. Entschuldigung. So. Und wir sehen das ja sonst nicht. Es tut mir leid. Ich kann gerade nicht aufhören. Das ist die Mission, die bringt das Schlimmste in mir zum Ausbruch. Aber ich höre, dass er noch spielt. Ich höre irgendwie sein scheiß Gamepad noch. Das ist schon mal gut. Er ist noch irgendwie bei mir. Und das ist überhaupt das Wichtigste. Oh Gott, ey. Ich will nicht wissen, was nach der Aufnahme abgeht. Nachher werde ich wieder verprügelt. Das ist wirklich so. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Ihr wisst das nur nicht, aber... Nächster Halt. TikTok. Ey, Lukas, warum sind eigentlich all seine Videos weg? Mann. Echt der ist gehackt worden? Ja. Habe ich gar nicht... Komm. Ah. Ich mochte gerne über Ficken reden. Ich mochte seine Art zu kompetieren. Total. Da ist eine RDU nicht an. Es ist nicht an. Es ist nicht an. Ich mochte sie nicht an. Ich muss eine neue Route deshalb finden. Dann bin ich von der richtigen... Weißt du, wenn ich von der anderen Seite komme, dann geht die RDU noch super schnell an. Ich muss aber auch dazu... Wir probieren das jetzt seit einer halben Stunde und ich habe immer noch keine feste Route. Ich probiere immer irgendeine andere aus. Das ist irgendwie... Ja, ich will jetzt auch wieder eine andere Route ausprobieren, weil ich gar keine andere Wahl habe. Mhm. Das Bagger-Lied das von mir erfordert. Ach Gott, ey. Es bleibt ja auch noch hängen. Weißt du, wäre ich da jetzt nicht hängen geblieben, wäre ich an einem lila Bagger vorbei und dann hätte ich richtig viele RDUs gut gemacht. Ja. Ich probiere das präzise. Dann... Geht's! Wie willst du denn 224 RDUs in 45 Sekunden aktivieren? Ja, das geht ja. Ich habe es ja eben auch fast geschafft. Nur, ich hatte eben schon die optimierte Route. Das kann man nicht mal besser machen, als dass es ich da gemacht habe. Aber die eine Lampe geht ja nicht an. Hm. Also, ich hatte das schon richtig. Ja, auf einmal konnte der Grünbagger nicht fick dich. Ich nehme mal an, dass es auch wie bei der anderen Mission ist, dass man sich von... äh, innen nach außen vorarbeitet, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Weil... Ich probiere das jetzt. Gut, dass wir darüber geredet haben. Und grün soll die Farbe der Hoffnung sein? Ich weiß ja nicht, ey. Das ist ja grundsätzlich meine Lieblingsfarbe. Aber hier erwischt mich der Grüne auch auffällig oft. Deswegen hasse ich Grün gerade. Das ist das Paragolid, das ist das Paragolid, das ist das Paragolid, das ist das Paragolid. Kannst du nicht schaffen, weil ich immer nie angehe, blieb, dann ziehe ich mir nie an. Schon wieder nicht, das gibt's doch nicht. Sie geht nie an, also sie kann nicht angehen, also ich muss jetzt wirklich in eine andere Route finden. Nie, niemals. Ähm, übrigens war das eine andere Rde-Übung gerade, ach egal. Die Leute verstehen das eh, die denken sich, äh, 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 kommentare schreiben, ne? Ihr macht nie Projekte zu Ende. Äh, äh. Weil die Heizkolle zu Neid ist ein Dornargezohrn der unerendeten Projekte. Äh. Boah. ZTP-Flex war das gewisse, eher langlich. Äh, äh, äh. Äh, äh, entschuldigung. Ja. Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ich wollte ja nichts Böses sagen. Mir war auch überhaupt nicht böse gewesen, dass er so einfach kommt, Guck mir nix zum Video an, nö, ich schreib einfach rein, dass ihr scheiße seid, weil ihr nie eure Projekte fertig macht. Nö, ich schreib nix zum. Thomas macht Videos, was schreib ich dazu? Wie die Leute aber auch immer dazu schreiben, ich will dich ja nicht beleidigen und dann beleidigen sie doch. Das find ich immer so geil. Ich will dich ja nicht beleidigen, aber du bist voll scheiße. Und dadurch denken, es wär dadurch abgemildert. Ja, das will ich ja nicht beleidigen, aber du spielst scheiße. Ja, das sind wirklich gute Kommentare, die du da aufsetzt. Das ist ne Meisterleistung. Natürlich, ja. Higurashi, Ranoku, Kirini ist das hier gerade. Was mit Higurashi? Oh nein. So fühl ich mich hier gerade. Du kannst tun, was du willst und die Zeit zurückzudrehen, aber das bringt nix. Es ist immer dasselbe. Es passiert immer irgendwas Neues, dass dich davon abfällt, deine Mission zu erfüllen. Hm-hm. Ah! Boah! Halt mal! Das könnte gleich funktionieren. Ne, ich hab irgendwas falsch gemacht. Jo, ich gerade im letzten Moment auch. Schade. Hast du es fast geschafft? Naja, wenn ich jetzt gerade sehe, dass noch 20 fehlen, war es vielleicht doch nicht ganz so knapp, wie ich dachte, aber es sah eine Zeit lang gut aus, bis ich dem gelben Bagger ausweichen musste. Ah, das wäre zumindest knapp geworden. Wenn der gelbe Bagger jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich es geschafft, vielleicht sogar. Vielleicht, weiß ich nicht. Hm, ich will nicht gerade. Ne, kieke, ne, kieke. Oh, die sind... Okay, das spiele ich jetzt mit Unlimited FPS. Echt? Okay, das mache ich jetzt auch. Moment. Das ist ne gute Idee. Das ist wagerlich, das ist wagerlich. Das machst du gerne in der Krieg. Aua, okay. Das ist gar nicht so viel schneller. Was? Ähm, da hast du noch nicht bei mir geguckt. Das kostet auch mal, wie schnell dein PC ist. Ah, okay. Ich werde das imodieren. Ich sage, dass ich so Zeitwitsch aussehe, wenn sie auf ihn zukommen. Ja, 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 okay. Super Speedrunning. Okay, geht wieder. Ich muss es wieder normal. Okay. Ey, bei mir ist das gar nicht so viel schneller. Ich glaube, ich kann das sogar so weiterprobieren. Oh Gott, ist das langsam. Das ist das Bargali. Es ist derbelang. Da war schon wieder diese Erdi-Use, die einfach nicht angehen. Ich fass das alles nicht. Das war wieder ein paar von Erdi-Use, die einfach nicht angehen. So, ich nutze jetzt mal die Zeit, um mal den Ingame-Ton wieder lauter zu stellen. Das ist das Bargali. Das ist das Bargali. Das Bargali, das kannst du... Ich könnte versuchen, per Backlash-Mode vielleicht doch die Erdi-Use zu aktivieren. Per Backlash! Das ist eine gute Idee. An manchen Stellen ist das bestimmt sogar ganz gut. Warum denn? Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Warum drehst du dich jetzt so durch? Dieser schwule, rote Bagger. Der macht, was er will. Ehrlich. Mach da wieder Unlimited-FaS an. Ja, jetzt schaffst du die Erdi-Use dahin. Was? Du schaffst das gerade gut? Ja, nö. Da gehe ich nicht an. Da hatte sich die andere gerade. Scheiße, Erdi-Use. Also, das ist jetzt gerade... Weißt du, dass... Wenn es wegen des meiner eigenen Schuld wäre, dann hätte ich damit gar kein Problem. Aber das ist jetzt daran liegt, dass eine Erdi-Use einfach nicht angeht, das nervt mich. Das ist das, was mich gerade nervt. Hm. Verständlich. Wenn es irgendwas anderes wäre, kein Ding. Habe ich echt kein Problem mit. Aber wenn das noch nicht mal mein eigener Fehler ist, dann nervt mich das. Dann mag ich das nicht. Hm. Ich weiß, was du meinst. Hä? Was macht denn der rote Bagger? Nette Vase. Nettes Potri. 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 Nette Vase. Es ist die nette Vase. Es ist auch zugleich ein nettes Potri. Na 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 na. Es ist gerade nur nette Vase. Es ist nur nette Vase. Nettes Potri. Na 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 na. Es ist das netteste Potri, das ich kenne. Nette Vase, nettes Portrait, jetzt die ist ein nettes Portrait, nettes Portrait. Die nette Vase, sagt der Chanson, ich zieh jetzt mal, ich wisse nicht, was er damit meint, beziehungsweise ich weiß es doch, ich fang nochmal an. Nette Vase, nettes Potri, nette Vase, nettes Potri, nette Vase, nettes Potri, nette Vase, nette Vase, nette Vase, nettes Potri. Ich fang nochmal an, das ist der Scheiß-RDU, das find ich gut. Bei wem? Bei dir ist es der Scheiß-RDU, bei mir ist es der Scheiß-RDU, das find ich gut. Das ist nix gutes dran. Ich find das gut, doch, doch. Eigentlich nicht, ne, eigentlich will ich's auch langsam mal schaffen, das kann doch nicht so schwer sein. Da pack ich euch noch ein oben drauf. Ich werd bekloppt. So, ich zeig euch jetzt 500 ADUs in einer Minute. Ich dachte, das wär das Bagaddy, ey. Oh man, Bagaddy, ja das ist das Bagaddy, Bagaddy, das ist das Bagaddy. Das Bagaddy kannst du nicht vernichten, es macht einfach was es will. Ne. Nein, 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 alles ist egal, es ist das grüne Bagaddy. Das Bagaddy, das kannst du nicht schenken, das mach ich fertig, das Bagaddy. Das Bagaddy, ich hab ne Idee, oh Gott. So, jetzt sag ich nix mehr. Okay. Gut. Meine Damen, meine Herren, eventuell sind wir kurz vor einer Lösung dieses Missionsproblemes. Daher werde ich nun mal ganz kurz das Kommentieren übernehmen. Da ohnehin bei mir nicht so die ganz große Hoffnung besteht, dass wir das hier so schnell möglich hier gelöst bekommen, dann leg ich nun all meine Hoffnung in den Kollegen Chainsaw 1.16. Ihr werdet nun sicherlich, wenn ihr auf den rechten Bildschirm achtet, Zeuge einer furiosen Heldetat, die ihresgleichen sucht, noch heute in der Let's Play-Szene, wenn der scheiß grüne Bagger nicht im Weg fahren würde. Tja, scheiß grüne Bagger, das ist eine Situation, die man aus dem alltäglichen Leben Ihr wollt irgendwann fahren. Dass du dann aufgefressen wirst. Boah. Danke. Wow. Jetzt hast du meine Musik wieder leise gemacht. Rüdiger, ich zeig dir nachher mal, wie man das ausmacht. Ich weiß es, ich vergesse es nur dauernd. Was heißt eigentlich dauernd? Wie oft machst du denn Windows neu rauf? Na ja, das ist jetzt aber vor drei Monaten erst. Einhergehend mit der Löschung meines kompletten Audio-Slam-Ordners war das ja. Ich bin froh, dass ich das meiste davon verherstellen konnte. Ach, das war traurig. Red weiter! Ja, okay. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, ich hatte mir einen neuen PC-Benutzer angelegt, ähm, weil wir Supreme Commander machen wollten und, ähm, ja. Äh, äh. Was hat T-Files hat mich aufgefressen? Verdammt. Das ist ärgerlich. Jedenfalls wollte ich Supreme Commander mit dem. Ich hasse es, wenn du aufgefressen wirst. Tja. Ähm. Was ist das? Was ist das für ein dummer Skype-Bug? Dass man auf einmal manchmal einfach super derbeleise wird, einfach so. Ich hab keine Ahnung. Alter. Boah. Alter. Okay, 1 zu viel. Das hat Alex auch am Dauern. Okay. Naja, egal. Red weiter. Ja. Jedenfalls war das so, dass das nicht funktioniert hat, weil mein Benutzer den Namen Rüdiger hat. Und Rüdiger hat einen Umlaut, deswegen sich Ami-Spiele oft denken, nö, mach mal nicht. Deswegen hab ich einen Rüdiger-Benutzer angelegt. Das hat aber damit immer noch nicht funktioniert, weshalb ich diesen Benutzer wieder löschen wollte. Einhergehend mit der Löschung dieses Benutzers wurden leider auch sämtliche Dateien, die sich auf dem Desktop befunden haben, auf meinem Computer ebenfalls gelöscht. Darunter leider auch mein Audio-Spam-Ordner. Und so war es nur dank eines Backups, das ich noch hatte von diesem Audio-Spam-Ordner, wo ungefähr 50 Spams zum Glück nur gefehlt haben, war es dann doch möglich, den Audio-Spam-Ordner wieder zu löschen. Und leider aber ist auch ein sehr schöner Bilder-Ordner weggelöscht, unter anderem mit dem ersten Let's-Player-Treffen, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und was ich sehr schade finde, dass diese ganzen Bilder nur unwiederbringlich weg sind. Bis auf einem einzigen kleinen Video ist nichts mehr davon da. Scheiße! Mit dem damals 15-jährigen Noritz-Knoritz. Der war mal so... Der ist immer noch niedlich, aber er war damals noch niedlicher. Und er war damals noch einen Zentimeter kleiner als ich. Das fand ich sehr nett, weil heute ist er irgendwie... Keine Ahnung. Wenn ich ihn das nächste Mal treffe, kann er mir wahrscheinlich auf den Kopf spucken. Von sehr weit oben, wohlgemerkt. Ach, das ist so deprimierend. Man wird älter, man wird kleiner, während alle anderen immer größer werden. So ist das nun mal. Tja, da kann man nichts gegen machen. Da auch aufhören, um zu heulen. Deswegen habe ich bewusst eine Frau geheiratet, die ein Kopf kleiner ist als ich. Nein. Was?! Du Arsch! Ja, ich weiß, ich hätte das nicht tun dürfen. Warum tun wir das? Und warum habe ich immer noch keine Strategie raus? Warum fahre ich eigentlich immer noch klarlos rum hier nach all dieser Zeit? So komm, ich muss mir jetzt echt mal ein bisschen taktischer werden langsam. Jetzt haben wir hier keine Chance, das zu schaffen. Denk dann, dass du meine Tonspuren nicht benutzen kannst, weil du andauernd aufgefressen bist und ich dich gar nicht mehr verstehen kann. Doch, ich benutze sie trotzdem. Ja. Du wirst das sehen, wie ich das kann! Hört ihr einfach aus. Was ist das denn? Jetzt hört er einfach hier rein! No Rüdiger, ich hörte dich nicht mehr. Ich nehme das hier jetzt alleine auf. Willkommen, weil alleine in Blastkopf spielt. Ich werde jetzt alleine in Blastkopf versuchen, diese blöde Lagune hier zu schaffen. Die gar keine Lagune ist oder irgendwie eine Katakombe, weil irgendwie ein verrücktes Spiel wird. Wir haben noch nichts super schweres eingebaut. Ey, wieso fehlt ein RDU? Ich... fach egal, es haben neun Sekunden gefehlt. Wo habe ich denn eine RDU stehen lassen? Da hinten steht eine RDU bei mir. Wahrscheinlich hast du die stehen gelassen, die ich auch gerade stehen gelassen habe. Da hinten ist so eine Mini-RDU, die man fast gar nicht sehen kann. Das kannst du sagen. Ich glaube... Ich glaube, wenn ich sie vieles nicht rausgespielt habe. Ich zoome jetzt noch ein bisschen. Ich bin sicher, ob da nicht was ich... Ja, Rüdiger, red mal mit dir selbst, ich verstehe sehr viel. Mach mal dein Spiel wieder leiser. Jetzt ist der ingame Ton wieder weg. Das find ich ehrlich gesagt ziemlich lustig. Wie er meinen Ingame-Ton einfach beeinflussen kann. Das bin ich sehr gut einig. Und dann darf ich aber nicht seine Tonspur nehmen. Nein, das doch auch nicht, weil ich scheiße ist. Ach was. Scheiße ist so ein hässlicher Begriff. Ja, der ist auch aber genauso gemein. Fick dich. Na, na, na. So, ich hatte endlich mal... Ich habe zum allerersten Mal nach 56 Minuten die Mission abgeschlossen. Bin aber sogar noch unter der DSK-Zeit. Über der DSK-Zeit, meine ich. Das ist fantastisch. Ja. Weil wir machen lieber... Das ist gar nicht so schlimm. Nicht aufregen. Weiter machen. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, es war ein Fehler, dass ich so weit rausgezoomt habe. Wenn ich näher ran bin von der Kamera... Ich glaube, das ist irgendwie alles sehr viel besser, habe ich das Gefühl. Nachteil ist halt, dass ich nur noch abschätzen kann, wo die Bagger sind. Das ist jetzt ein reines Glücksspiel hier. Aber so rein ADU-technisch, ich glaube, das ist jetzt wesentlich besser. Und jetzt habe ich einen stehen lassen. Das habe ich aber diesmal deutlich gesehen. Hä? Es ist so. Nein. Ich verstehe das. Ey, ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Da kommt nur noch die gute Mission, wo man nicht so einen Scheiß machen muss. Weil so eben Falken fehlt, ne? So viel Spaß gehabt. Also jetzt... Ja. Kack, kacke. Ja, und der Bagger denkt sich, nö, ich fahr mal wieder nach oben lang. Ich bin auch dafür, dass wir danach irgendwas Spaßiges mal jetzt nicht irgendwie aus dann Hafen direkt noch hinten dran knallen oder so. Doch. Nein, Mann. Keine Ahnung, Mars oder Neptun. Irgendwie was Spaßiges. War es jetzt eine Belohnung? Ja, ich glaube auch. Ey, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir echt eine Belohnung verdient. Wir haben bald eine Stunde und ich bin schon am überlegen, ob ich das Video im Nachhinein nicht ein bisschen zusammenschneide. Nein. Das machst du eh nicht, weil du faul dafür bist. Directors Cut. Ja, das Problem ist, ich muss halt dann zwei Videos zusammenschneiden und auch noch so, dass es am Ende passend ist und das ist mir zu aufwendig. Ich habe doch keine Zeit für sowas. Ich habe schon ein Jahr gebraucht, um dieses Community-Interview zu bearbeiten. So, die eine bleibt wieder stehen. Toll. Ich habe jetzt eine andere Route gefahren und sie bleibt trotzdem einfach aus. Das gibt es doch nicht. Oh, ein Witz. Muss ich mal überlegen, aber ich kann es ja trotzdem noch mal versuchen. Es ist ja nicht alle, alles vorbei. Es ist nicht vorbei, das Baggerlied. Das Baggerlied kann mir auch nicht mehr helfen, Rüdiger. Verdammt, wenn sogar das Baggerlied nicht mehr hilft, dann ist die Situation wirklich verschärft, Leute. Ja, also, dann hilft wirklich kaum noch was. Oh, jetzt habe ich so viele RDUs stehen lassen, ich weiß schon nicht mehr mehr, wo ich sie überall habe liegen lassen. Oh, Mann. Gut luck, fick dich jetzt endlich mal. Stell dir mal vor, auf einmal ist das so Porno mit Amber. Siehst du, wie der von Uga Uga-Mensche gefickt wird? Oh, Gott. Und dann hörst du nur so Uga Uga. Nein, nicht Uga Uga. Das existiert offiziell. Ist das ein Buri-Man? Oh, Mann. Auf keinen Fall Uga Uga, ey. Du Arsch! Okay, dann eben doch Uga Uga. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist das Baggerlied. Das ist das Pac-Man-Lied. Ich fick deine Oma. Ich fick sie irgendwie. Darüber wird sie sich aber nicht freuen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen sollte. Ich beschwere mich darüber, dass meine Zuschauer dumm sind. Also ich sage, ich fick meine Oma in den Arsch. Das ist alles mein Problem. Hast du Angst vor Umi? Nein. Das hat Lukas von mir. Okay. Es gibt nicht einen Fall von mir, das nennt sich behinderte Streckanfälle. Bei behinderten Streckanfällen strecke ich mich immer. Nicht wahr? Und wenn ich das tue, dann sage ich immer behinderte Dinge, die irgendwas damit zu tun haben, dass es mich so fühlt, als welchen Kleinkind. Dabei kommt dann auch sowas aus wie... Ja, so, nein, oh! Kommt dann auch zum Beispiel dabei raus, und das hat Lukas lustig gefunden. Das finde ich aber auch lustig. Ach du Scheiße, ey, ich, 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 ich mache seit einer ganzen Stunde nur Mist jetzt hier. Das darf nicht wahr sein. Nicht einmal nah dran gewesen. Ich darf nicht zu schnell sein, ich darf nicht zu langsam sein. Ich muss genau richtig fahren. Weil sonst machen die Bagger nicht das, was ich will. Das ist unglaublich. Die machen sonst nicht das, was ich will. Wie sagst du? Das ist echt so. Es ist zumindest schön zu wissen, dass man sie ein bisschen beeinflussen kann. Jetzt muss man nur noch rausfinden, wie. Tue ich doch schon die ganze Zeit richtig. Was mache ich denn? Ich fahre jetzt einfach mal 180 Grad. Und dann fange ich einfach hier an, einfach mal mit meiner Taktik. Mal sehen, was dann bei der rauskommt. Okay. Ich habe immer noch keine Route raus. Das darf nicht wahr sein. Ich mache das Ganze jetzt im Rückwärtsgang so. Noch. Okay, ich höre jetzt schon auf. Oh Gott. Ich mache einfach mal ein Replay davon. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Okay, ruhiger, ich habe eine Idee. Okay. Ah. Jetzt weiß ich, was da das Problem ist. Da macht er das auch nicht. Aha. Das ist ja fantastisch. Es gibt also zwei so eine Stellen, wo die RDUs einfach nicht auf einen reagieren wollen. Gut, das muss ich jetzt aber rausfinden. Gut, da kann ich da jetzt aber dran üben, wie man das auslöst. Okay. Nein, das hilft nicht. Das wechselt, das hilft nicht. Man muss da von der Seite rüberfahren, sonst reagieren die nicht. Töne das präzise. Geh es. Hm. Die reagieren nur dann, wenn die gerade pro Kurau haben. Ja, erst dann, erst dann. Das ist auch unglaublich. Warum haben die sich eigentlich so wenig Bock? Töne das präzise. Gut Glück. Ey, da oben haben wir auch noch welche Gefäder, der muss nicht mehr da sein. Oh, seid ihr mal immer alle durch, ihr scheiß Bagger? Hahaha. Okay. Das fand ich jetzt witzig. Ja, wie diese... Hier ist eine ganze Karawane. Hier kommt gar nicht... Hier kommt... Ach, egal. Na, egal. Denkt's, Krieger. Lange fühlt sich eh nicht... Oh. Er hat Oh gesagt. Leute, ihr habt gerade ein Oh gehört. Oh. Wie es in Wörtern verwendet wird wie... Oh mein Gott. Oder... Chainsaw Man 16. Der war schlecht. Warum war der so schlecht? Warum fallen mir keine guten Witze mehr ein? Weil du einfach nur an Audio-Spanse denken kannst. Wenn der bei dir... Keine Witze mehr so wirklich bei dir geht. Wenn du irgendwas sagst... Oh, ist das etwa ein... Goomba, Goomba, Es ist ja nur so... Witzig. Die Leute sehen es gerne. Aber über die Leute haben wir uns ja auch schon unterhalten. Deine Leute sind alle Psychioten. Nö, ich will nicht Star... Star Wars muss gemacht werden. Star Wars wird auf High Five United kommen, sage ich extra, nö, Star Wars wird auf High Five United kommen, auch die ist dead. Hehehehe. Ach, du... Matze ist scheißegal, weißt du? Hä? Hab ich denn jetzt die zwei übersehen? Okay. Ey. Ich war das ganze Feld... Da waren sie. Super. Super, da oben konnte ich sie ja nicht sehen. Oh. Ich vergesse es immer wieder. Ich will bald mal was anderes machen. Nein. Also wenn diese zwei Bugs nicht hier in der Karte wären, hätte ich das schon tausendmal geschafft. Okay. Weil ich meine Route dafür eigentlich schon fest habe. Ich könnte locker, keine Ahnung, was mit Zeiten machen. Dann hast du jetzt irgendwie Chi-Tux-Platin oder so. Keine Ahnung. In dem weiidem was sagen, du hast es geschafft. Obwohl das nicht geschafft hat. Hab ich ja auch, hab ich ja auch eigentlich, wenn es danach geht. Ja, deswegen sei jetzt Chi-Tux-Platin. Ey, ich kann da so reinfahren, wie ich will. Das ist mir scheißegal. Nö, du musst da irgendwas anders machen. So. Ja. Ich hab nur leider ein Problem. Und zwar habe ich jetzt keine Zeit mehr. Nächstes Mal geht's weiter mit Baboon-Katakomp. Mhm. Wenn wir weiter versuchen, diese Karte zu schaffen. Ich weiß noch nicht, wie extended ich diesen Part jetzt hochladen werde, aber... Ähm, ich meine natürlich. Rüdiger, ähm, warte mal kurz. Ja. Ähm, bleib doch mal bitte kurz da für mich. Ja. Ich werde nochmal versuchen, diese Karte zu schaffen. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Ich hab da so eine Idee. Oh Gott, jetzt geht's ab hier. Ja, Rüdiger, erzähl doch mal ein bisschen was hinzu. Okay, ich erzähl mal was. Nein. Ähm, ja. Wow, ich bin, ich bin, ich bin, wow. Ich bin jetzt begeistert. Also, vielleicht hat er wirklich die Taktik gefunden, Leute. Das wär's doch. Das wär doch super, wenn wir heute endlich mal Pac-Man tatsächlich noch schaffen würden. Das wäre, also für mich persönlich wäre das ja ein sehr schönes Geschenk jetzt so in den letzten fünf Minuten, die ich noch Zeit habe. Wenn er das noch schaffen würde, das würde mir fast schon orgasmische Gefühle würde mir das geben. Ähm, ja. Und ich sage das bewusst so. Denn ich, ja, auch wenn ich das nicht immer rauslasse, ich bin durchaus ein sehr emotionaler Mensch. Und so etwas wie 224 RDUs in nur 45 Sekunden sammeln, so etwas gibt mir immer wieder orgasmische Gefühle. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn man zum Beispiel, ja, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr würdet nur 223 RDUs in dieser Zeit finden. Das wäre nicht so schön. Aber 224, das, das, das... Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, geschafft! 224! Was hat er anders gemacht diesmal? Der Schelm. Ich wurde befördert! Yeah! So, ich zeige auch gleich noch mal das Replay, damit die Leute das sehen können. Okay, sehr gut. So. Dann haben wir das Replay in 5,3 Sekunden. So. So, und fertig. So. So, ja, das war's. Das war's, Krisen. So, prima! Okay, ja. 5,5 Sekunden. Alles klar. Dann danke ich dir. Ja. Super. Freut mich. In dem Sinne, einen schönen Tag noch. Ja, euch auch. Genau. Äh, dir auch. Bis dann. Ciao. Ich weiß, was sie sagen. No, no, we are 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 we